Das nächste Werkzeug ist der Stift. Ich mache wieder eine neue Bildebene auf und hier kann man mit dieser Vordergrundfarbe, je nachdem was man einstellt, kann man hier ganz normal auf dieser Ebene zeichnen. Wenn man ein Grafiktablett hat, dann werden diese Linien natürlich viel schöner, als wenn man hier mit der Maus versucht, gerade Linien zu ziehen. Man kann übrigens auch mit der Umschalttaste gerade Linien zeichnen. Das ist dann mehr so ein Klicken. Ich mache das alles rückgängig. Also nochmal Steuerungstaste drücken. Und dann, ich weiß nicht warum man diesen Punkt wählt, kann man hier möglichst gerade Linien ziehen. Wenn man die Steuerungstaste nimmt, dann holt es sich eine entsprechende Farbauswahl. Also wenn ich jetzt hier ein entsprechend farbiges Feld habe und ich bin im Stift-Modus und drücke die Steuerungstaste, also ich bin noch in der Markierung drin, so und habe die Steuerungstaste gedrückt, dann wird mein Stift zur Pimpette. Und damit kann ich dann entsprechend die Farbe holen. Also wenn ich jetzt hier eine andere Farbe eingestellt habe, normalerweise würde er also mit Grün hier zeichnen, Steuerungstaste, ich hole mir eine neue Farbe und dann kann ich mit der neuen Farbe entsprechend weiterzeichnen. Ja, aber ich habe jetzt hier noch weitere Einstellungen, einmal von der Größe her. Ich kann hier natürlich die Stiftgröße einstellen, ich kann aber auch das Seitenverhältnis ändern. Man sieht hier, das ist hier jetzt schmäler, es ist so ein Oval geworden und ich kann auch von diesem Oval den Winkel entsprechend ändern. Jetzt ist das Ganze ganz schräg und das geht natürlich auch in die andere Richtung. Also einmal in die Richtung, einmal in die Richtung und mit diesem Pfeil zurück kann ich hier wieder die entsprechenden Grundeinstellungen herstellen. und mit diesem Pfeil zurück und mit diesem Pfeil zurück Untertitelung des ZDF, 2020